Hi zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge von Faktorio Megabase in der Version 0.17. Ich habe seit unserem letzten Video ein paar kleinere Optimierungen durchgeführt. Das eine ist hier, der hier konnte einfach nicht ausladen, dementsprechend kam hier einfach zu wenig an. Jetzt ist das Band hier voll und wir produzieren fleißig Wissenschaftspakete für Produktion. Das heißt auch, hier sind mehr oder weniger alle in Betrieb. Davor waren es eben nur diese 5, 6 hier und dementsprechend sollte unsere Raketensilo-Forschung relativ schnell fertig sein. Ich habe hier Geschwindigkeitsmodule rein. Normalerweise haben wir eine Herstellungsgeschwindigkeit von 0,75, die seht ihr rechts unten, über Produkte fertiggestellt. Jetzt sind wir bei 1,2. Gut, dann habe ich hier unten noch eine weitere Stahlschmelze hinzugefügt. Und jetzt haben wir genügend Stahl. Des Weiteren habe ich die verschiedenen Bänder für Eisen nochmal ein klein wenig neu angeordnet. Da kommt jetzt halt auch genügend hier durch. Genauso wie ich sowohl hier bei der Starterbase als auch unten bei dem Eisen-Außenposten habe ich das B- bzw. Entladen mit Stapelgreif-Armen. Das sind diese Teile hier, die hier. Die Stapelgröße ist aktuell bei 5. Ich glaube maximal kann es auf 12 gehen. So, jetzt schalten wir das mal kurz ein. Gut. Außerdem habe ich mich die ganze Zeit gewundert, warum denn keine Mauern platziert werden. Ihr werdet das wahrscheinlich im letzten Video noch mitbekommen haben oder gesehen haben. Mir ist es durch Zufall nur aufgefallen. Und zwar hatte ich hier keinen Roboter-Hanger. Jetzt habe ich einen. Jetzt hat, ähm, ja, kann ich das quasi als Blaupause hier hinsetzen und das wird dann gemacht. Gut. So, ich sehe gerade. Irgendwo ist hier ein Problem. Oh, ich glaube, das schaut das so aus. Ich meine, äh, dass dieses gelbe Band hier nicht alles, ähm, bedienen kann, ist auch klar. Es war ja unabsichtlich, dass das jetzt gebaut wird. Äh, ich habe hier noch, äh, für Lichtbogenöfen, also für die elektrischen Öfen, äh, was sind gebaut. Ja. Ähm, limitiert auf 50 Stück. Was habe ich sonst noch gemacht? Ich glaube, das war es dann im Großen und Ganzen. Es fehlen jetzt halt nur noch, äh, 14 Akkumulatoren. Hier herunten. Die werden jetzt nach und nach platziert. Ähm, ähm. Und, ähm, genau. Wie schaut unsere Stromproduktion aus? Ja. Scheint relativ gut zu sein. Wir greifen nicht mal die Akkumulatoren wirklich an. Die sind definitiv schnell wieder geladen. So. Äh, das zu dem. Gut, was machen wir heute? Also, äh, Punkt 1. Wir bauen das Raketensilo. Ähm. Das wird, äh, hierhin kommen. Und, äh, ich möchte noch etwas bauen. Und zwar hätte ich gerne eine Produktion für Geschwindigkeitsmodule 3, für Produktivitätsmodule 3 und für Effizienzmodule 3. Ähm, hm. Jetzt muss ich hier mal kurz. Okay. Gut. Also, rein theoretisch schaut's so aus. Wir brauchen 5 mal die Stufe 1. 2 mal die Stufe 2 und zwar mit einem Geschwindigkeitsmodul 1. Und dann haben wir, ähm, einmal Geschwindigkeitsmodule Stufe 3. Die Frage ist, wie wir das am blödsten anstellen. Ich würde es ja am liebsten direkt füttern. Und ich denke, wir können das vielleicht sogar machen. Ähm. Genau, die brauchen grün und rot. Die brauchen rot und die brauchen, also rot und blau. Und die brauchen auch rot und blau. Das heißt. So. Ähm. Mit STRG X kann man es einfach kopieren und dann sofort wieder einfügen. Hier kommt grün und hier kommt rot. So. Okay. Es ist eins zu weit. So. Ähm. Dann sollten wir hier Kisten verwenden. So schaut's gut aus. Und hier nochmal das gleiche Spiel. Ah, perfekt. Fertig, fertig, fertig. Äh. Ich. Ja, 2000. Das ist schon ein bisschen viel jetzt. Für den Anfang. Ich hätte gerne. Ach ja, das müssen wir ja auch noch erforschen. Ich habe noch nie ein eigenes System dafür entworfen. Dementsprechend bin ich gespannt, wie es wird. Okay. Ich denke mal, hier lassen wir blau auf das Band und machen ein geteiltes draus. Ich denke, das schaut doch schon mal einigermaßen passabel an. Gut. Ja. Ich habe doch noch keine Transformatoren mit dabei. Gut. Äh. Ich habe doch... Und das hier wird eigentlich grün. Ich brauche aber grün eigentlich bis hierhin. Und zwar hierhin. Das schaut gut aus. Dann machen wir den ganzen Spaß einfach so. sehr schön. Gut. Und blau kommt hierhin. So, Session. Jetzt tauschen wir den ganzen Spaß noch. Und wir limitieren das auf 50. gut. Gut. Äh. 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 So. Na, perfekt. Schaut doch schon mal nicht schlecht aus. Gut. Jetzt machen wir den gleichen Spaß nochmal. Aber dieses mal für die Produktivitätsmodule. So. Näht mal. Äh. Und war, äh. Wir brauchen das da. So. Dann ändern wir das auf den Spaß. Gut. Hier werden wir das alles ein klein wenig anders machen müssen. Einfach spiegelverkehrt. Das heißt, hier kommt grün. Hier kommt blau. Das haben wir alles. Perfekt, dann ist das auch erledigt. Okay. Wo ist denn unser Kampfanzug? Genau den hier. Okay. Ich brauche im Endeffekt Geschwindigkeit und Effizienzmodule 2 bloß. Ah, okay. Das hatte ich jetzt nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Hm. Dann gehen wir mal hier in die Atomforschung noch mit rein. Die aber aktuell noch nicht wirklich ein Thema ist. Gut. Besser. Gut. Also hier kommt blau hin. Wir werden schon wieder angegriffen. blau. Dann haben wir hier gleich grün. Grün, grün, grün. Nehme ich doch lieber den hier. Und hier kommt rot hin. Sehr gut. Okidoki. Dann brauchen wir genau dieses Setup noch einmal. Und zwar hier. So, das wird gebaut. Auf der Innenseite wieder grün. Und eigentlich auf der Außenseite hier rot. rot. So, sehr gut. Dann haben wir rot. Und. Jetzt haben wir den Rest. Äh. Ah ja. Falsch. 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 Äh. Neh. Hier brauchen wir es nicht. Da auch nicht. Äh. Hier müssen wir das noch ändern. Zu dem hier. Und zu dem hier. äh. Also das Problem ist, dass du mit dem Netzwerk verbunden bist. Und. Äh. Äh. D-d-d-d-d. ähm. nur aktiv bist wenn mehr als 25 erinnert sind im gesamten logistiknetzwerk dann haben wir hier das gleiche nur dass es die blauen sind 25 mehr und das wird jetzt schön hier mit dem roten licht induziert dass er inaktiv ist ja wir bekommen definitiv zu wenig rote da sollten wir uns vielleicht darum kümmern das ist an sich auch überhaupt gar nicht so schlimm wir nehmen jetzt einfach mal dass da sagen hey du ja ja man kann das übrigens auch rückwärts upgraden also downgraden in dem in dem sinne und du zudem ja das war's ok und ganz nach unten das sollte auf jeden fall schon mal um einiges aushelfen sobald die alle platziert sind hier kommt die unser kleines geschwader sehr schön sollte mal gucken ich meine es war jetzt ungefähr bis hierhin und jetzt geht es auf jeden fall weiter durch finde ich sehr gut sehr gut sehr gut ok dann kommen wir zum highlight des heutigen tages ich muss mal gucken ach ja 21 minuten die folge schon raketensilo also wir brauchen stahlträger rohre elektromotorenheiten und beton ok dann und 1000 stahlträger ok dann können wir mal festrücken ja besser 1000 Sehr schön Die Motoreinheiten Sind insgesamt 4 Stacks Genau, holt euch mal den ganzen Spaß ab Wieso habe ich hier noch eine Ölraffinerie Ja, ich habe mich letztens schon gewundert Weil ich dachte, dass wir Eigentlich Eigentlich Neun Stück Eigentlich zehn Stück Platziert haben, aber Jetzt wissen wir auch, wo der zehnte Hingekommen ist Gut Und jetzt dürfen wir uns noch Eins, zwei Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Zehn Stück, passt Jetzt dürfen wir uns noch einen Beton holen Äh, ich glaube, das ist das allererste Mal, dass Ähm, beim Let's Play von Factorio wir eine Rakete starten Wenn mich nicht alles täuscht Hm Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Und, ja, perfekt Es war ja bis jetzt immer so, dass, ähm, das alte System irgendwie ein bisschen doof war Und das neue jetzt hat doch das, dass man schon so früh das ganze Zeug hier bekommt Ähm, also als erstes ja die, äh, Leichtbauteile und den Raketentreibstoff, dann hat die, diese Teile hier Das ist schon nicht schlecht So Dauert, glaube ich, insgesamt irgendwas um die, ja, 30 Sekunden Und Es wurde auch ein wenig angepasst Also es ist jetzt symmetrisch Und Wir brauchen das hier Dreimal Stapelgreifarme Und jetzt wird es W Füllt An was fehlt's hier? Ah, Geschwindigkeitsmotor Ja, es kommen keine roten Schadkreise oder kaum mehr rote Schadkreise an Aber wir müssen es im Endeffekt eh nur einmal starten Genau Äh, halt, Moment Ich wollte da noch was anderes machen Es gibt nämlich einen kleinen Trick Ähm, ihr könnt euch bestimmt an die Produktionsmodule erinnern So, die steigern den Energieverbrauch Aber Auf der anderen Seite Ähm, also steigern den Energieverbrauch Verlangsam die Geschwindigkeit Aber die Produktivität um 10% Und das ist einiges Wir brauchen dann weitaus weniger Um, äh, den ganzen Spaß hier zu machen So, ähm Das System hier sollte funktionieren Falls blaue Ähm, was liegt das? Naja Ich wundere In den erweiterten Schaltkreisen Weil wir zu wenig produzieren davon Naja So Oder vielleicht liegt es auch einfach daran Dass ich hier zum Beispiel Beschlossen habe Das nicht fertig zu bauen Genauso wie ich hier beschlossen habe Das nicht fertig zu bauen Zuhh'n Zuh'n 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 im Prozent immer ein paar und da mal ein paar ein und dann produziert das schon schon langsam die Geschwindigkeitsmodule wir haben hier schon drei Stück ohne Kommentar bitte danke ja waren schon 15 Stück hier kommen wir gerade in Angriff so ja genau lauft an meiner Verteidigung vorbei ist ja kein Problem lauf 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 oh war das knapp puh puh gut ähm ich würde sagen ich lasse das jetzt hier mal schnell fertig craften und hole euch dann wieder mit dazu weil ihr jetzt ähm zuschauen bis das fertig ist es macht nicht wirklich viel Sinn bis gleich so und zurück wir sind fast fertig ich habe schon mal ähm ein Geschwindigkeitsmodul hinzugefügt und jetzt warten wir im Endeffekt nur noch auf äh das Produktivitätsmodul 3 und ein Effizienzmodul 2 äh auch 3 Entschuldigung ähm wenn man jetzt hier drauf schaut äh Energieverbrauch 13,1 Megawatt ja das ist viel das ist sehr 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 viel ich habe noch ein bisschen weiter geforscht und zwar den Kampfanzug Mark 2 ähm was machen wir denn als nächstes äh ja das hätte ich gerne ähm das hier ist der persönliche Roboterhanger so gut wir können eigentlich hier schon mal starten und das tolle ist halt jetzt ähm wir brauchen 20% weniger Material insgesamt das ist viel und schaut's her ach ne wir sind ja eh gerade in der Nacht ja das läuft jetzt gleich voll und wir bekommen ich glaube 2% mehr dazu ne 1% äh Wahnsinn auch da unten wird mal wieder irgendwas von uns zerstört oder angegriffen oder blöd kümmern wir uns gleich drum sehr schön sehr schön sehr schön hier die Effizienz mit rein und jetzt sind wir runter auf 11,1 Megawatt finde ich sehr 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 geil ähm irgendwann wenn wenn Strom einfach keine Rolle mehr spielt ähm kann man hier 3 Produkte äh 4 Produktivitätsmodule reinpacken und braucht halt dann halt einfach 40% weniger ähm Material auf Kosten von ähm von Strom ja ich meine bitte äh wir sind hart am Limit äh vorbei so was wurde hier unten zerstört hallo okay oh reicht nicht ganz hier rum ne so jetzt wird den werden die zwei Dinge da unten noch gebaut und wir schauen uns das ist ein Raketenstart noch an also normalerweise packt man einen Satelliten hinein wenn man den hinein tut dann äh bekommt man 1000 von dieser äh wie heißt die Wissenschaft wieder äh Weltraumforschung von dieser Weltraumforschung bekommt man dann 1000 Stück ähm ja machen wir jetzt natürlich noch nicht ich möchte euch ja oder ich wollte euch ja zeigen äh wie dieser ähm Erfolg mit dem Fisch funktioniert macht's gut und danke für den Fisch ist eigentlich relativ simpel äh wir sind hier bei 77% so dann warten wir noch kurz man kann hier übrigens alles reinpacken wenn man das hier auf Autostart mit Ladung macht dann ähm ja kann's zum Beispiel sein dass wenn man 1000 Wissenschaft drinnen hat und die nicht rausnimmt und es wieder befüllt dass er dann trotzdem startet ja wollen wir natürlich nicht so 97% also es geht eigentlich relativ flott und wenn man eben diese Kisten hier schon vorbereitet hat sehr geil oh wie sagt kipps wenn's aufgeht so man packt hier einfach einen Fisch rein oder nehmen wir den ganzen Stack dann ist er weg klickt hier auf starten und hat den Erfolg sobald die Rakete natürlich weg ist schauen wir uns den Start hier an gut und damit beendige ich die Folge für heute ich hoffe sie hat euch gefallen wenn ja dann lasst mir ein Like da seid ihr neu hier auf dem Kanal dann herzlich willkommen und ähm ich freue mich natürlich sehr über ein Abo und ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende bis dahin mein Name ist Eracol ciao